hallo willkommen zurück ja ich mache es jetzt einfach so ich habe jetzt richtige rom habe ich mal die richtige ist und und jetzt mache ich einfach nochmal also ich kann ja jetzt schlecht irgendwie könnte ich schon aber ist egal ich mache es halt noch mal so war klar genau in dem moment kommt er natürlich hoch ist klar das war so klar ja gehst du kennen wir schon ich weiß nicht ob man ihn drücken müsste aber ja so heran und das hat nur das level nicht schon naja ist auch egal machen der cooper da das ja reichlich seltsam so kann man natürlich auch nach oben geht auch cool muss ich nicht klar sonst hätte ich es gemacht weil sicherheit ist immer wichtig bei mir vor allem okay wo das war knapp okay da kann man nicht train so ich traue ich nicht deswegen seid ihr jetzt tot weil ich euch nicht getraut habe jeder dem ich nicht traue ist tot sofort mit sofortiger wirkung getötet nein oh man oh man me got better in this game nur um die münzen zu und ich da nicht hin so dann bose es halt und zwei ja ich glaube das war das glitsche level ja da hier bin ich doch durch die dinge durch geschwommen ich swam through everything ja und jetzt wird spannend 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 es geht glaube ich auf jeden fall kann ich nicht mehr durch dinge durch schwimmen das ist doch ein gutes zeichen natürlich geht es okay jetzt bin ich stehe ich genauso vor der wand muss wieder rein ja war klar jetzt komme ich hier raus okay er gibt so oder ist denn da eine kiste sein oh nein oh nein oh nein oh nein me got killed not really but almost almost i got killed so dann jetzt durch die dröhre und jetzt immer draußen draußen ist schön draußen ist schön jetzt kann ich auch hier mal drauf laufen werde ich nicht obwohl ich habe gerade mal legen wenn ich nicht durch wenn ich durch schwimmen könnte dann könnte ich an die rote münze aber geht ja nicht so bose 3 siegelt exe noch später habe ich jetzt gerade keine wirkliche lust drauf ich mache es wenn wieder irgendein super hardcore level kommt dass ich nicht bieten kann ohne ausruhen und so ne ist klar gut so probleme kumba kumba so ja damit hätte ich nie gerechnet dass die knochen gar nicht solid sind geht doch niemals hätte ich damit gerechnet hätte ich denn damit rechnen sollen neu so hier kann ich wieder zurückgehen was mir null bringt glaube ich ja das bringt mir aber etwas so da das war knapp der hat mich schon wenig erschreckt ja der liebe spike top hat mir wenig erschreckt bisschen krumm hier alle ja wissen krumm und das war dumm teilweise 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 aber auch einfach nur passion bin jetzt ob es hier der richtige weg ich wollte eigentlich nicht den richtigen zuerst gehen gibt eigentlich auch ein ziel exe ich meine es gab gar nicht ganz kann schon kann spektoren ich glaube nicht agieren ja praktisch wie spainies spainies kann man auch nicht töten außer mit grey dingen grau europäisch wie sollen jetzt ach so ach so das war nur für den mittelpunkt ach so ok das ergibt die oberste ist immer gut ja das hat sehr viel gebracht jetzt immer nämlich im nächsten bereich ich sollte mich beeilen die zeit wird nahm der fußboden hier sieht gefährlich aus neun da oben ist hier ah fucking beatles naja so ein maize ist eigentlich nicht äh boso sei dort vier ok so so hmm hmm der fußboden hier sieht gefährlich aus ich würde besser vorsichtig sein ok ok footing also vor fußboden oder nicht ähm ich weiß was floor boden heißt aber nein oh oh wie knapp war das denn fünf sterne fünf sterne fünf sterne bitte geben wegen äh diesem krassen stunt nein ähm soll ich hier was ich brauche ein springboard ein springboard ja da ist doch eins ach ficken fail warte mal warte mal wo war das jetzt oh da drüben ja das ist äh schlecht muss ich jetzt auf gut glück nach unten oder was ne hier gut ah da ist nur ne münster drin noch da denkt man da wäre was voll tolles drin weil man dafür switch palette äh den braucht und äh dann ist es gar nicht super das bringt sehr viel okay los 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 oh das war knapp wow was äh ja alles klar ich bin durch den boden gefallen ist das nicht super ich kann kotzen ja spring doch woher habe ich die jetzt hier vorher blume okay ja so nein wow vorsichtig mania vorsichtig ganz vorsichtig die sache angehen spring jetzt auf den coinblocks äh wow das ist mir da unten zu viel präzision wow ich habe es drauf ich habe es voll drauf voll da hä da war nichts drin oder komisch so was denn da oben ah ja da ist nix drin super wen interessiert war da kackte Münzen aber mittelpunkt ist gut mittelpunkt bedeutet safe 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 ist gut jetzt sind wir safe so wie der name schon sagt ja ja vor allem gemacht ah ja da ist boden gut wenn meinte der denn mit the footing looks dangerous ah keine ahnung gehst du bitte weg danke äh nö ey warum gibt es hier überall nichts drin außer Münzen in den Kisten was kein kommentar was ja warum gehen die denn unendlich lang weiter ich hab die jetzt nicht ich will nur den haben sowas da drin ach ficken nix super so fucking hell ah ich weiß schon wo wir rauskommen genau hier hier Ende ah Oh Mann es ist dangerous fucking dangerous fortress outpost jetzt ja alles klar dry bones draußen aj ja